Was ist der Lautstärkeregelung? Ein Terminal öffnen. LXDE Terminal oder MATE Terminal, völlig egal. Ihr könnt auch die Tastenkombination STRG, ALT und den Buchstaben T, Theodor drücken. Das öffnet auch jederzeit ein Terminal. Dann könnt ihr das Programm ALSA Mixer aufrufen. Ihr habt hier jetzt deutlich mehr Einstellmöglichkeiten. Mit den Pfeiltasten rauf und runter könnt ihr also die Einstellungen vornehmen. Und manchmal gibt es auch je nach Hardware andere Möglichkeiten. Über die Taste F6, Select Soundcard, könnt ihr also gegebenenfalls innerhalb des Rechners noch weitere Karten erreichen und einstellen. Also dieses kleine Terminalprogramm ist wirklich sehr gut. Damit erreicht man alle Einstellmöglichkeiten innerhalb eines Rechners. Wenn ihr weitere Informationen über den Rechner braucht, könnt ihr ein weiteres Terminal öffnen und dort das Programm Hardinfo aufrufen. Das ist ein sehr umfangreiches Programm, das euch über den Rechner, über das Betriebssystem, über die installierte Hardware, Speicher usw. Informationen gibt. Also da habt ihr auch ein sehr gutes Tool, um weitere Informationen über die Hardware oder Leistungstests durchzuführen. Danke.